Lords des Schreckens, Malganis und Kintessa greifen Spielercharaktere mit einer Mischung aus Verfalls- und Schattenmagie an. Wenn Malganis 100 Energie erreicht signaliert er beiden Schreckenslords in ihre Schwarmform überzugehen und allen Spielercharakteren mit Schwarm des Verfalls und Schwarm der Dunkelheit hohen Schaden zuzufügen. Wenn Kintessa 100 Energie erreicht signaliert sie beiden Schreckenslords zu verschwinden und den Schlachtzug zu infiltrieren um die Geister der Mitglieder mit Infiltration des Schreckens zu täuschen. Beim Tod eines der Schreckenslords verwandelt sich dieser in einen Schwarm der Raserei bis der jeweils andere vernichtet ist. Tanks, Malganis und Kintessa vernichten alle Spielercharaktere mit Gedankenspaltung umgehend demaskieren. Opfer die von lechzende Klauen getroffen werden, während sie bereits unter dem Einfluss von geöffneter Adern stehen heilen Malganis um einen großen Teil seiner Gesundheit. Die Schlummerwolke von Kintessa entfaltet eine sehr hindernde Wirkung und verbleibt für lange Zeit im Kampfbereich. Schadensklassen, Gedankenspaltung umgehend demaskieren Während Schwarm des Verfalls und Schwarm der Dunkelheit aktiv sind, verursachen Malganis und Kintessa schweren Schaden, erleiden aber auch erhöhten Schaden durch Flächenangriffe. Wolke der Fäulnis verursacht kontinuierlich mehr Schaden, bis der Zauber auf einen anderen Spielercharakter überspringt oder mit Schreckensbersten entfernt wird. Heiler, Malganis und Kintessa vernichten alle Spielercharaktere mit Gedankenspaltung. Wenn sie während der Infiltration des Schreckens nicht umgehend demaskiert werden. Während Schwarm des Verfalls und Schwarm der Dunkelheit aktiv sind, verursachen Malganis und Kintessa schweren Schaden, erleiden aber auch erhöhten Schaden durch Flächenangriffe. Wolke der Fäulnis verursacht kontinuierlich mehr Schaden, bis der Zauber auf einen anderen Spielercharakter überspringt oder mit Schreckensbersten entfernt wird. WDR 2021